Musik Da steht doch schon wieder was mit einem neuen Paket, geh weg damit. Leute, willkommen zurück zu The Movies, wo wir erstmal aus der Pause rausgehen in den Spielfluss. Wir haben uns kurzfristig umentschieden, wir wollen doch keinen Actionfilm machen, sondern Sky-File-Film, weil das Interesse des Genres daran gerade... Das Interesse des Folges ist an diesem Genre gerade sehr hoch, sagen wir es so. Und deshalb müssen wir uns da dringend drum kümmern. Und da haben wir auch schon einen vollen Stern. Männer der Ferne, oh das klingt cool. Ihr könnt trotzdem schon mal hier weitermachen. Und das Buch nehme ich mit. So, jetzt plaudert ihr nochmal ein kleines bisschen, damit ihr euch ein wenig besser versteht. Und dann geht es richtig in den Filmdreh rein, also das wird ein Schmatzi-Fatzki. Du kannst mal herkommen. Wir gucken mal, dass wir die Laune noch ein bisschen hochkriegen, indem wir die Finanzschraube ein wenig anziehen. Weißt doch genau, wie ich es mache. Emma Perkins muss ich noch ein bisschen hochkriegen. So, das sind jetzt ganz schöne Kosten, die das Ganze verursacht, aber die müssen launetechnisch in einen super Strahl geraten. Was ist denn bei dir so problematisch? Stress, Langeweile, Trailer, Aussehen. Demnächst ein Wettbewerb. Ein glücklicher Hörer gewinnt das Modell eines Fliegelschips. Hören Sie weiter zu. Das ist dein Trailer. Kann ich deinen Trailer noch ein bisschen aufhübschen? Wir stellen hier noch eine richtig schöne Palme drauf, eine richtig fette. Kann ich hier sonst noch was dahin dübeln? Hier willst du dein eigenes Auto haben, das kannst du auch kriegen. Bitteschön. Mehr kann ich jetzt aber auch nicht machen. Okay, Freunde, es geht los. Wir wollen die Emma Perkins in der Hauptrolle sehen. Und oh, auf dem neunten Range, was die Stars angeht, ist jetzt meine wunderbare Kreative. Und ihr seid schon wieder fertig. Immer weiter, bitte. Ihr wisst genau, was ich von euch fordere. Das wird auch, wie es aussieht, der letzte Film, den wir in der alten Technik machen. Oh, da können wir noch rechtzeitig abwarten, um das in der anderen Technik zu machen. Aber ich weiß nicht, ob das geht. Das Drehbuch ist ja geschrieben. Das ist ja jetzt für das andere Thema quasi vorgesehen. Kannst du da Fotos von machen? Nicht so wirklich. Wir haben statt einen kleinen Unfall gehabt. Die Polizei wurde informiert. Wiederhole, die Polizei wurde informiert. Komm. Hört, putt, putt. Sehr schön. Und ab dafür. Ab durch die Mitte ohne Gezicke. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Dreh. Denkt daran, wir brauchen mächtig Kohle. So. Wie sieht's denn hier aus? Das Paket ist gleich fertig. Ich freu mich. Oh, was die nächste Preisverleihung ist schon wieder in der Nähe. Du Schande. Jetzt wollen sie mich fertig machen. Das hier wird auch wahrscheinlich das letzte Drehbuch, was wir hier drin schreiben. Aber das Gebäude brauchst du nicht mehr. Wir schalten jetzt gleich das nächste Drehbuchbüro frei, wenn ich mich recht erinnere. Das durchschnittliche Drehbuchbüro ist der Ort, an dem ihr autordurchschnittliche Vorlagen für alle Schande an Papier bringen können. Das wird ein bisschen besser, ja? Dann habt ihr euch doch eine kleine Sekunde verdient. Auch inzwischen mal Handwerker. Wir machen Platz. Womps. Das neue Drehbuchautor. Das ging jetzt. Das neue Drehbuchautor, Junge. Ja, haben wir. Das Coole ist, das passt auch sogar perfekt hier hin. Doch nett. Das ist überhaupt richtig. Das sieht aber so aus. So, das wird mein neues Drehbuchautorenbüro. Nein, ich hab's ruiniert. Alles schlimm. So, dann zeigt mir mal, was ihr jetzt mit den Drehbüchern alles schaffen könnt. Wir können ja auch direkt das nächste Paket voll machen. Wir bräuchten aber alle Pakete eigentlich. Ah, ich weiß auch nicht, wie das richtig machen soll, ne? Aber wir kriegen jetzt demnächst ganz viele neue Techniken und das ist gut. Während die sich hier schon wieder einen abdrehen im Kanisterbecken. Das Geticke macht mich gar nicht nervös von der blöden Preisverleihung. Aber so blöd ist die gar nicht. Ich will unbedingt eine neue Preisverleihung haben. Bei dem Prestigestudio bin ich nämlich garantiert mindestens nominiert. Ich könnte ja vielleicht auch nochmal eine Kleinigkeit vorher unternehmen, damit das auch was wird. Hier zum Beispiel. Gönn dir. Ja, für mehr ist mir aber mein Geld jetzt auch zu schade. Ich hab nämlich ganz schön Kohle schon wieder rausgepfeffert. Ich war aber auf 200.000. So geht's nicht. So. Die Drehbuchhölle. Wo sind sie denn? Da. Dann zeigt mal, was ihr könnt. Mit den neuen Mitteln, die ich euch zur Verfügung stelle. Modernisierte Kamera. 16mm Film. Effekte. Oh Mist, ich krieg den Film nicht mehr rechtzeitig veröffentlicht. Schade, die Preisverleihung ist nämlich leider Gottes jetzt gleich. Aber ich hab nochmal ordentlich was gegeben. Leider sind meine Stars auch nicht mehr in der Top 10. Aber ich hab's versucht, nicht unnötig zu sein. So, lass krachen. Herzlich willkommen bei der Lionhead Filmpreisverleihung 1930. Heute Abend geben wir die Gewinner des größten Filmpreises Filmbranche bekannt. Ohne lange Vorreden kommen wir zur ersten Kategorie. Na, da hab ich gar keine Chance. Jetzt kommen die Stars. Da bin ich ja sogar aus der Top 10 rausgeraten. Und diese Fantastic Film heine ich schon wieder. Die rege ich mich hier auf. Oh, Fantastic Films. Ja, super. Gönnt euch. Keiner liebt euch. Für den Preis als bestplatziertes Studio sind nominiert. Na, ich bin ja auch nur Platz 5 von 5 möglichen Plätzen. Warum ist mein Studio so kacke? Ich bin so ein hübscher Lüngel. Mein Studio ist wunderschön, egal was ihr sagt. Mann. Dauerei ist das. Ach komm, wieso krieg ich denn Fantastic Films alles? Die cheaten. Die haben doch geschmiert, haben die. Hier sollte ich aber wenigstens nominiert sein. Komm, mein Studio ist hübsch. Ey, ich warne euch so hart. Ja, ich bin nominiert. Guckt mal, wie toll ich bin. Ein Studio, das nicht den Preis richtig verdient hat. Yeah. Ich habe einen Preis gekriegt. Den nominierten für den bestplatzierten Film in den Charmen. Oh. Wirkt, dass ihre Staff schwerer zu beleidigen, aber leicht zufriedenzustellen sind. Das wäre ein guter Preis, ne? Dieser Film hat den Charmen durchgewirbelt. Der Gepäckträger, das ist Diebstahl. Der Gepäckträger ist mein Film. Boah, ist das mies. Aber ich habe einen Preis gekriegt. Wir haben sicherlich ein paar wirklich begabte Talente und wir haben gesehen, die einen Preis für ihre harte Arbeit bekommen haben. Schalten Sie auch dann wieder ein, wenn wir den neuen Preis für den Studioaufsteiger verleihen. Dieser Studio bekommt, der sich am stärksten verbessert hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und Gute Nacht. Den Preis könnte ich nächstes Mal aber auch kriegen, weil wir haben ja jetzt die Möglichkeit, durch unser Dingenspreis hier, sind unsere Forscher jetzt besser und können schneller erforschen. Das ist natürlich richtig gut und das werde ich kackendreist ausnutzen. Wäre cool, wenn ich noch irgendwo ein paar Leute kriegen würde. Ich bräuchte noch mehr... Ich nehme das weg. Noch ein paar Forschungshainzis. Weil zwei darf ich ja, glaube ich, noch anstellen. Wäre mir ein bisschen wichtig. Dass das schön schnell geht, damit wir schnellstmöglich auch die besseren Filme produzieren können. Und unsere Konkurrenz so in den Schatten stellen. Aber kannst du exklusiv irgendwie beim Dreh was fotografen? Geht das? Nee, Gemeinheit. Ih, neue Konkurrenz? Also das habe ich jetzt nie gewollt. Habe ich denn sonst noch irgendwas, was ich bauen kann eigentlich? In Zugseinrichtung? Post-Production. Filmliche Meisterwerke bearbeiten und unter Titel Soundtrack Stimmen und Soundeffekte hinzufügen. Brauche ich das? Ist das für mich wichtig? Sowas zu haben? Frag für einen Freund. Huch! Da ist auf einmal ein Film fertig, Freunde. Veröffentlichen aber Zaginkowski. Männer der Ferne. Ich habe mir Mühe gegeben. So gut wie ich es eben konnte. Emma Perkins hier. Guck dir das an. Die Leistung geht hoch. Das gefällt mir. Filmqualität. Ist schon besser geworden. Haben wir das doch schon mit dem neuen Zeug abgedreht? Oh, fast ein Zwei-Sterne-Film. Meisterwerk. Ja, zwei Farben. Guckst du dir an? Oh, herrlich. Ich freue mich, Nass. Eine Stunde später, wa? Da liegst du nieder. Dieser Film hat so viel Sinn ergeben. Die hat doch einfach die Waschmaschine im Schleudergang gehabt. Mehr kann ich mir da auch nicht erklären. So, jetzt pass auf, gib mir die Kritiken. Keiner meckert hier. Einige der genutzten Technologien sind ihrer Zeit um einiges voraus. Emma Perkins war in diesem Moment eine überaus glückliche Frau. Die schauspielerische Leistung war wirklich durchschnittlich. Ruhe. Die Sätze sind allgemein erforderlich. Guter Stoff. Kein übler zweiter Sky-Five-Versuch von Empire Pictures. Danke. Also alles in allem? Die Sterne stehen auf Gewinn. Was kannst du eigentlich am besten als Regisseurin? Horror. Horror können die gut. Boah, guck dir mal das Regul an. Fast zwei Sterne. Aber Sky-Five ist auch immer noch beliebt. Genau wie Komödie. Schreib mir mal eine Komödie. Eine fette Zwei-Sterne-Komödie. Dafür würde ich sofort aufstehen. Wer ist Komödie-Mäßig gut dabei? Niemand. Traum wird wahr. Na gut, du willst ein Komödie hier auch groß jetzt erlernen, ne? Also wäre Komödie doch nicht so gut. Also Horror und Action ist bei mir eigentlich das Gefragteste. Action läuft bei mir tatsächlich auch am besten. Action und Horror. Kann ich davon was anbieten? Fragen wir mal so. Sag mal. Na ja, wenn, dann Action, ne? Und Platz 8 Film in den Charts. Herrlich. So muss das sein. Wir kriegen auch haufenweise neue Pakete um die Ohren geschmissen. Aber ich hab niemanden, der sich drum kümmern könnte. Hier haben wir erstmal noch jemanden, den wir als Statist reinknallen. Wir bräuchten definitiv mal irgendwann zweiten Regisseur, ne? Jonathan Brooks. Oh, das klingt gut. Dich will ich. Du bist jetzt ein Regisseur. So, da machst du dich erstmal hübsch. Aber wir kriegen ja aktuell auch immer Filme, die eigentlich für nur ein Star gedacht sind. Und solange das der Fall ist, könnten wir ja auch zwei Filme gleichzeitig drehen. Wäre ja nicht das Thema. Zu tun hätten wir genug. Das ist zwar jetzt nicht unbedingt der beste Film hier, aber was soll's. Ja, und jetzt willst du natürlich zwei Schauspieler haben. Das war mir sowas von Klau. Aber keine Statisten. Da könnte man einen eiskalten Statist mit hinknallen. Eine Komödie, wer ist denn in Komödie am besten? Komödie. Ja, du bist auch nicht schlecht in Komödie, ne? So, pass auf. Wir müssen dein Gehalt anpassen. Das sehe ich durchaus ein. So, mehr musst du dir aber auch erstmal verdienen durch deine Leistung. Und da wir keinen anderen Schauspieler jetzt gerade haben, ich meine, haben wir schon. Oder gönnen wir mal unserer... Wir gönnen unserer Tante mal eine Pause. Und schicken auch dich mit hin. Da macht ihr so einen Film und Gutes. Lass mal krachen. Und du? Wo schicken wir dich inzwischen hin? Wir schicken wir in die Wüste. Im wahrsten Sinne des Wortes. Trailer kriegt der jetzt nicht. Wir warten, bis wir die nächsten Trailer bauen können hier. Ich mach mich doch nicht zum Dachs. Wir haben einfach niemanden, den wir in die Forschungsabteilung klatschen können. Macht mich ein bisschen traurig. Ich glaube, wir brauchen auch wirklich noch eine Bulettenschmiede. Die meckern hier die ganze Zeit rum, dass es keine Bulettenschmieden gibt. Na, Verzierung mach ich jetzt nicht. Für die klapprigen Dinger. Da ist es die Arbeit nicht wert. Ich warte, bis wir die nächste Generation an Trailern kriegen. Und dann sollen die ruhig mal richtig loslegen. Und ich mach inzwischen noch ein bisschen Spaß haben. So, wir machen das hier nämlich als Sohngebiet, weil wir das gut können. Moment, wir machen das so. Bitteschön. So, wer stört? Wir haben hier ein weiteres Drehbuch. Guck mal, wie die Flitzen gehen. Der darf mich nicht kriegen. Ihr arbeitet, bis ihr sterbt. Und du trinkst nichts. Es wird erst getrunken, wenn ich ein Weltstar bin. Das sofort her. Okay. Ich bin so ein kleiner Tyrann, ne? Aber ich mag es halt auch nicht, wenn es zieht. Deshalb mache ich die Tür lieber ran. Es gibt eben die Liberalen und ich bin ein Liberan. Guck mal, wir haben hier jemand Neues. Dein Glückstag. Du hast dich als Puzzle bei mir beworben. Und du wirst hier aber eiskalt. Zum Knittelbird. Oh, Kacke. Ach, naja, gut. Komm, das ist so ein Billigfilm. Das ist noch der Billo-Pillow. Hau weg. Braucht keiner. So, platzieren Sie hier einen fertigen Film, um ihn anzusehen, zu bearbeiten und zu perfektionieren. Ich weiß nicht, ob das für mich wirklich wichtig ist. Das werden wir aber noch sehen. Das werden wir noch sehen bei Gelegenheit, ob das für mich wichtig wird oder nicht. Oh, wir haben neue Musik gekriegt. Na gut, wir sind jetzt auch schon in den 30ern gelandet. Herzlich willkommen in den 30ern, Freunde. Weitermachen. Die Trailer machen wir so richtig schön erst, wenn die ganz neuen Trailer da sind. Dann wird es richtig schön. Oder man könnte sich ja vielleicht auch schon mal so ein paar spezielle Gebiete abstecken, sage ich mal, wo die Trailer hin sollen. Dürfte allerdings nicht zu weit weg sein. Hm. Ich habe gerade so eine ganz ausgebuffte, ausgefuchste kleine Idee. Wir machen hier so eine kleine Einfahrt. Und hier kommen dann irgendwann mal die Trailer hin. Ich weiß aber nicht, wie viel zum Beispiel die größten Trailer am Platz brauchen hinterher, ne? Weil die Kleinen brauchen ja schon ein bisschen was, sagst du, ne? Wo haben wir sie denn? Hier. Brauchen schon ganz schön was. Also von dem Maßen her würde ich sagen, zwei, vier, sechs, na, acht mal acht wird es schon sein. Acht mal acht wird es mindestens sein. Aber wenn wir es jetzt zu groß machen, haben wir vielleicht später auch verkackt. So, pass auf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich meine, du kannst ja eigentlich das ganze Gebiet hier kriegen, ne? Wenn wir das da hier so abstecken, da sollten wir mehr als genug Gebiet haben. Da kommt hier zum Beispiel ein Trailer hin. Das muss ich mir aber bei Gelegenheit noch genauer angucken. Jo, die Drehbuchautoren sind schon wieder flüchtig. Da musst du sofort eingreifen gehen, ne? Das darf nicht geschehen. Aber es ist ja auch nicht unbedingt nötig, dass das jetzt hier Flotikowski, ne? Das muss noch nicht sein. Machen wir so nach und nach. Ich weiß ja auch noch gar nicht, wie viele Trailer ich letztendlich überhaupt brauche. Komm sofort zurück und mach weiter. Das wäre so grob die Vorstellung, dass das hier quasi so eine kleine Wohnsiedlung wird. Aber ich gucke mir das auch nochmal genau an auf Screen. Wie viele Blöcke man braucht. Damit wir das auch wirklich hier effizienter machen. Das war jetzt mir so das erste Gedankenspiel. Weil die Idee hat was. Gefällt mir. Das werden wir schon ganz gut hinkriegen. Das Kino in einer vorübergehenden Mode. Leute wollen eine Bühne. Eine Bühne. Oh Gott. Oh. Die moderne Kamera, Freunde. Und direkt noch ein Paket hinterher. Kostüme. Freunde. Wir lassen es gut sein für heute. Wir haben jetzt schon wieder so viel freigeschaltet. Und wir machen echt gute Fortschritte. Ich bin mal gespannt, wo unser Studio demnächst noch landen wird. Für heute ist Schluss. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß an diesem Let's Play. Ich gebe mein Bestes. Lebt wohl. Bis zum nächsten Mal. Mua.